Yo Leute, was geht ab? Mokkai wieder am Schatten. Es ist Mittwoch, es ist Vlog Time. Ich snack mir hier, wie immer, das heißt wie immer, wie ich immer, wenn ich zu Hause bin, ein schönes Eis. Hier mal zu Hause von meiner Couch. Heute Kirsche, Leute. Heute Kirsche. Und ja, was gibst du erzählen? Heute drei Themen. Eigentlich habe ich das Video schon mal neu gemacht, ja? Was hast du neu gemacht? Ich habe es gestern schon mal gedreht gehabt. Wollte das gestern Abend schneiden, dann sehe ich so, Batsch, ich habe die Lichtverhältnisse verkackt. Hinter mir hat die Sonne geschienen. Ich war, ähm, ja, gestern hat die Sonne geschienen. Ich war komplett dunkel. Man konnte mich nicht sehen. Habe ich gesagt, okay, komm, drehst du neu. Dann machst du das Ganze mal, drehst du einfach neu. Okay. Und deswegen, heute im Schnelldurchlauf, drei Themen. Erstes Thema, wie ihr im Titel gesehen habt, 24 Stunden Livestream am Freitag, diesen Freitag, von 20 Uhr, vielleicht sogar von 18 Uhr, mal gucken, ähm, bis zum Samstag, 20 Uhr oder 18 Uhr, je nachdem, auf jeden Fall 24 Stunden Livestream am Freitagabend, äh, bis zum Samstag, sind zwei Feiertage. Ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch dort mal. Und gespielt wird natürlich, was wird gespielt? Es wird DayZ gespielt, es wird CSGO auf jeden Fall gespielt, mit der Community wird gespielt, es wird League of Legends, Heroes of the Storm, es wird Spiele begegnen. Wir werden auch Giveaways machen, es werden Giveaways machen, es wird, ähm, CSGO, wir haben noch Armour Keys, wir haben noch Mount Your Friends ohne Ende, wir haben noch ganz viele Spiele, Garrys Mod, hast du nicht gesehen, alles. Wird alles rausgehauen, dann werden wir auch noch Skins losfahren, wir haben noch M4A1 Cyrix, Minimal Vier, die aussieht wie Factory Renew, die aussieht wie Factory Renew, die muss weg, die muss weg, und wir haben ja so ein neues Giveaway System mit Punkten, das werden wir auf jeden Fall ausnutzen, mhm, was haben wir noch, was haben wir noch, wir haben so viele Skins, die weg müssen, kommt vorbei, Schaut vorbei, am Freitag, nehmt euch nichts vor, wenn ihr bei der Familie gefangen seid, dann guckt wenigstens mit dem Handy zu, ihr könnt Sachen gewinnen, ihr könnt auch mit uns zocken, dann, Leute, Streamingplan, ich hab's am Mittwoch angekündigt gehabt, ich hab mir jetzt so die meisten Tage ausgesucht, am meisten wurde Dienstag genannt, Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wir werden Dienstag Festenleisten machen, ab, ich kann auch keine Termine nennen, ich denke, entweder ab 16 oder ab 18 Uhr immer dann bis 20 oder 22 Uhr, vielleicht auch länger, je nach lusten Laune, Donnerstag werden wir, ähm, auch abends, wahrscheinlich so ab 20 Uhr, oder so mal zwei, drei Stündchen streamen, äh, Freitag kommt dann, aber da sind dann immer Random Games, am Freitag wird, ne, am Freitag kommt auch ein Stream dann, ähm, da kommt CSGO, am Samstag kommt DayZStream, und am Sonntag kommt immer SubSunday, das heißt also, die Subscriber dürfen auch suchen, was wir spielen, und wir spielen dann zusammen, ähm, meistens wird das EOFCS und die Community Games, oder Heroes of the Storm, oder sowas, ähm, ja, hinauslaufen, das heißt also, wir spielen alle gegeneinander oder zusammen, ja, Termine, wie gesagt, zeitlich müssen wir gucken, ob das für euch ab 16 Uhr oder ab 18 Uhr passt, könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, ja, sonst, ähm, was gibt's noch, jetzt bei Twitch gibt's paar Änderungen, ähm, gibt's einige neue Verträge für mich, aber, äh, ne, es wird auch einiges geändert, das heißt, die Mädels, sowohl auch die Boys dürfen sich nicht mehr freizügig zeigen, das heißt also, mein hart trainiertes, äh, hier Fass, ich meine natürlich Sixpack, darf ich euch nicht mehr im Stream zeigen, und die Mädels dürfen auch keine Titten mehr zeigen, man darf nicht mehr mehr auf Titten fokussieren, denn, sonst wird man schnell den Account los, was haltet ihr davon? Na, da gibt's die ein oder andere Dame, ich denke, die hat jetzt weniger Zuschauer, aber gehört zum Leben dazu, sonst, weiß ich gar nicht, vielleicht bekommt ihr wieder DayZ-Video, wir werden jetzt was gleich aufnehmen gehen, ich glaube, Skuma wird auch dabei sein, wahrscheinlich, ähm, Auberpoch, falls ihr das Video seht, wahrscheinlich sind wir schon währenddessen am Aufnehmen, ich glaube, TLC oder AMD-Server, AMD, AMD, Among the Dev, ATM, ne, ATD, so heißt es, Among the Dev, da werden wir wahrscheinlich aufnehmen, falls ihr uns seht, falls ihr jemanden seht, der nach Essen sich anhört, ist Perry, weil der nennt sich immer irgendwie nach Essen, ich werde mich heute Grantelfurznen, inspiriert an Grantelbart, schaut doch mal bei dem auch vorbei, ja, ich gehe jetzt aufnehmen, erst mal mein Eis zu Ende, Leute, haut rein, wir sehen uns am spätestens Freitag, egal ob das DayZ-Video oder im Stream, ich hoffe, ihr seid dabei im Stream, Leute, ich hoffe, das wird richtig geil, 24 Stunden, ich werde mir noch Kaffee, nein, ich hasse Kaffee, aber ich werde mir diese Lacto Macchiato's holen, ich werde mir Energydrinks holen, ich werde mir auch noch, ich weiß nicht, irgendwas holen, was mich wach hält, irgendwas, was mich wach hält, letztes Mal, wo wir gesagt haben, was heißt, wir haben mal spontan 24 Stunden gestreamt, dann haben wir auf einmal dann 31 Stunden gestreamt, aber so lange werden wir dies manchmal, 24 Stunden reicht vollkommen, denn Sonntag sind wieder Subgames, Leute, das heißt, Subscriber only, die Gewinnspiele und das Spielen findet nur mit Subscribern statt, lohnt sich auf jeden Fall, Leute, haut rein, bis zum Freitag, ciao!